und zurück zu der last guardian sind endlich hier oben jetzt nicht glauben leute ich habe ein befehl gegeben und dann hat er sofort gemacht keine ahnung warum das vorher nicht gemacht hat ich weiß es nicht vielleicht drücke ich einfach zu oft auf die befehls button aber ich weiß es nicht ist mir auch egal hauptsache sind jetzt hier oben so und gehen wir hier hoch da können wir auf jeden fall schon mal durch so glaube ich ist hier nichts die gänge sind versperrt die anderen gänge da geben wir auf jeden fall mal die durch schauen wir mal wo wir da rauskommen vielleicht auch an der steilwand die andere feuer war okay so das heißt ich muss jetzt müssen wir jetzt irgendwie rüberhangeln ich hoffe dass ich nicht runterfalle okay okay so geht es hier sind kleder punkte aber ich muss ja nicht klettern oder oder kommen die rausgeschossen und die komischen dinge an der wand nicht dass sie mich hier runter schubsen okay hier kann man rein so rein mit dir junge so da la jetzt müsste da das tor sein ja ich habe wieder hier zwei so dinge unten man 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 und heisst fuck sechs stück kann ich hier durchhangeln wo geht denn das dich okay ich will sagen jetzt okay schnell schnell weil ich irgend ein licht abkrieg okay das ist vorbei das ist vorbei das ist vorbei gott deswegen komme ich niemals durch das ist ja ob die runterkommen oder nicht gehen die auf ihren platz zurück oder so okay 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 aber ich komme ja gar nicht mehr hoch oder ich komme ja gar nicht mehr hoch geht es hier lang nirgendwo lang ich glaube ich komme gar nicht mehr hoch oder da ist eine leite ist das ein kletterpunkt ne ne das ist die blöde flamme bloß kann ich nicht irgendwie runterfallen hier hier ist ein brett okay hier geht es hoch wo sind die jetzt überhaupt komm rein baby komm rein schnappst du dir bam und schnappst du Sehr gut. Mich wundert eigentlich. Haben die mich nicht gesehen? Aber ich wundert eigentlich. Komm her. Ich bin voll im Arsch bei dem drin. Okay. Sehr gut. Und wir gehen jetzt bitte die Richtung. Hallo? Bitte die Richtung. Genau. Geh diese Richtung. Langsam. Und da hoch bitte. Hoch. Der Rako. Genau so soll's das machen. Boah. Langsam. W-w-w-w-w-w-w. Langsam. So. Sind sie nochmal so ein komisches Soldaten? Juhu. Schalde. Okay. Okay. E-nil. Was rittet denn so extrem? Was ist das? Was leuchtet denn da so? Ach so Ist praktisch wieder zugegangen Okay Was sind das für Spiegel? Greifen, zühen, drücken Ich glaube die mag er nicht so Du musst einfach mal weg Geh There you go So, wie ein verschlossenes Tor Was siehst du denn da oben? Da ist so nisht Komm her 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 Los Da müssen wir hoch Genau Du siehst das schon richtig What? Was machst du? Du? Genau Mach mal Dann brauche ich das nicht machen Komm her Und hoch da Ja gut Schön machst du das Und rüber da Los Bäm Wo muss ich jetzt hin? Da hoch Jetzt folgt endlich mal Ich will bitte noch nicht runterfallen Wenn ja, ob du hier reinspringen dürfst Frage beantwortet So Jetzt schauen wir mal Okay, da komm ich wieder durch Ah Alles klar Jetzt weiß ich wieder vorher durchgekommen ist Durch das Tor In eine Richtung kann man es aufschieben Okay, da bin ich natürlich nicht gleich drauf gekommen Da ist der Schalter Für das Tor Okay Okay Einmal hoch, PD Okay. Ich bringe mich da hoch. Okay, jetzt kannst du nicht. So, hier oben, schauen wir mal, ob wir hier was machen können an diesem Schalter. Ich denke mal, dass dann die Tore aufgehen werden, aber das sehen wir jetzt gleich. Hä? Was ist denn schon mal umgebenes Feuer an? Alter! Okay, verstehe. Ich verstehe. Ich muss hier, oder? Hier, glaube ich. Jetzt bin ich schon da, Tirico. Ich bin du lieber mal da hoch. Los! Jump hoch, komm! Jetzt los! Zieh, Edgar. Komm, zieh! Jetzt komm! Dreh die mal! Dreh dich doch mal! Ah, jetzt spielen wir vor, ist bei, zack! Sehr gut, Tirico. So. So, jetzt müsst ihr eigentlich auch da hin können. Okay. Hey! Danke! Ah, das ist jetzt das Gegengewicht irgendwie von der Kitty. Okay. Muss auf jeden Fall da rüber. Oder eher auch erst hier rüber. Mich dann da festhalten. Okay. So, jetzt könnte ich eigentlich normalerweise hier rauf springen. mean! Und eine Runde so! So, das ist die Kitty. Was ist denn das überhaupt? Okay, da ist der Schalter. Okay. Ich will jetzt aber auf keinen Fall da irgendwie auf das blaue Ding nicht, dass irgendwelche komischen komischen Gestalten hier noch rauskommen. So ein Fasse, was ist denn das da? Vielleicht frisst du es ja dann. Dann schauen wir das einfach mal. Jetzt machen wir erstmal den Schalter auf. Okay, was haben wir das jetzt gebracht? Kann ich das Ding jetzt irgendwie greifen oder so? Aufheben. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem? Da kann ich schon hoch. Gehen wir mal einfach die Treppen hoch. Oder wird eher durch den Geruch angezogen, dass er dann hier hochkommt. Irgendwie. Die zweite Ebene hoch. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Leben wir das mal ab. Kann man hier was aufmachen? Was ist das denn? Oh, ich bin da. Aha. Alles klar. Kapiert. Papa hat's kapiert. Papa hat's kapiert. Nehmen wir das nochmal. Ich muss jetzt da nicht unten ranhängen. So, schmeiß jetzt einfach da runter. Ich hoffe mal, er frisst es nicht. Du frisst es ja auch nicht. Ich sag's dir. Chirico. Jetzt muss ich mit Papa jetzt da ranhängen. Dann geht nämlich das scheiß Tor auf. Gefäß aufhängen. Gefäß aufhängen. Das macht ihr den. Was macht ihr den? Mach doch jetzt. Oh, muss ich mir jetzt auch noch ranhängen. Ah. Kapier schon. Okay. Okay. Da ist in so einem Fall so ein Ding, das muss ich ziehen bestimmt. Ähm, was macht das, was macht das, was macht das, was macht das? Hier hoch wird so eine Art Wippe sein, denke ich mir. Okay, jetzt ziehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Irgend so eine Art Gewicht, dass das Tor da irgendwie aufgeht. Hä? Okay, das Ding ist auf jeden Fall da drin. Schauen wir mal, kann ich das vielleicht irgendwie runterschieben? Ich glaube, ich bin... Der hat schon viel Kraft, der Junge. Hier hätte ich das ja auch nicht rausziehen können. Ah, warte mal. Ich muss das gleich hier runterstellen. Was macht der denn jetzt? Nimm mir doch das Ding jetzt da hinten wieder. Ja. 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 das auch gelöst jetzt komm ruhig komm oh komm doch herz jemand so durch okay dann muss jetzt anscheinend wieder ködern dann ködern wir halt mal hingehen zu ihm dass er es sieht und dass er dann hier durchkommt und dann müsse ich ja normalerweise komm her komm 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 boot komm her geht doch so und jetzt springen wir dann rüber was ist doch das mensch komm mach fressi komm 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 magst du es nicht ja dann frisst du es halt nicht und geh mal so rüber so leute ich würde sagen wir jumpen jetzt da hoch jetzt frisst das nein und dann würde ich sagen ist schon wieder schluss mit der folge wenn er da hoch wenn er mal da hoch springt muss ich das selber machen wieder okay ich würde sagen damit beenden wir diese folge die heutige folge und würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dahin wünsche euch noch viel spaß bei den anderen teilen ciao euer andy